Bäm, Halli Hallöchen mit Willkommen zurück zu Let's Play Sudiki und ich stelle mich wieder verdammt blöd an. Tanzen wir sie kaputt mit. Zack, nein, 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 nein. Jetzt nimm den und jetzt zack. Ich benutze diese Attacke zu oft einfach. Es ist glaube ich irgendwie langsam langweilig dazu zu gucken. Aber egal was, jeder stirbt damit. Selbst er, guck mit seiner fetten Rüstung. Seelen-Nektar, also diesen Attacke ist eigentlich eher was für Noobs, muss ich sagen. Dann bin ich halt ein Noob, ist mir doch scheißegal, ich will das Spiel schaffen. Aber es macht trotzdem Spaß, das Spiel. Als wenn es ohne Tanzen der Schwerter sehr, sehr schwierig wäre. Jeder, der spielt so, wie er will. Ich hätte mir ja auch alles auf Kraft aufbauen können. Habe ich aber nicht. Das ist alles Taktik. Schade, dass es dafür keinen Multiplayer gibt. Das Spiel wäre dafür eigentlich viel gemacht. Aua. Jetzt sind nur noch zwei da, wenn es mich nicht täuscht. Jetzt renne ich weg, du Hund. Oh Mann, ich halte dich gleich. Ja, er hat's geschafft. Jetzt prügeln wir alle auf dich ein. Wir haben drei Schläger... Wie heißt das? Drei Schläger in unserer Gruppe. Nur eine Schütze. Wir müssen unbedingt noch mal vorher einkaufen gehen, bevor wir ins Ende gehen. Du bekommst... Kraft, du bist ja so ein kräftiger. Oh, die verlieren dich ja eh gleich insofern. Das ist auch egal. Oh, der hat bei Kraft fast alles voll. Du bekommst bei Gesundheit, du sollst uns ja verteidigen. Du bekommst... Von mir aus mehr Fertigkeitspunkte, damit du uns heilen kannst. Hm. Was ist das denn, was? Was ist das für ein cooler Trank da? Auf eins. Der macht wahrscheinlich alles angriffen. Ja. Rennen wir noch mal blutend nach Hause. Hui. Äh, überprüfen. Ich will mich... Zum Teufelsatemcanyon. Oh, Mann. Ich will gar nicht zum Teufel... Warte mal. Ja, gehen wir nach unten. Ich... Oh, ich verlaufe mich schon wieder. Da geht's zwar klochen. Will ich jetzt das Wegschild angucken oder einfach weiter rennen? So. Warte. Vielleicht geht's ja vom Teufelsatemcanyon wieder... ...nach Hause. War mir, glaub ich, so. Oh. Totem. Totem. Ja, das ist hier... Hier ist richtig. Ich seh schon. Jetzt geht's hier gleich. Da. Warte, wir müssen Kasellen noch eilen. Ähm... Nimm das hier, Junge. Das tut dir gut. Ach so, dann ist es einfach... ...was wir hier machen müssen. Alles klar, hier... ...Stück... ...Knochen-Zeugs. Sklette sind nicht schlimm, da man sich ja eh nur auf eins konzentrieren muss. Was war das für ein fieser Schrei? Ähm... ...wollte machen. Die Erde sollt mein Zorn spüren. Und jetzt noch einmal draufhören, wenn man nur dann warst du das. Okay, ein paar Sklette sind schon tot. Das machen wir einfach jetzt nochmal da hinten und dann sind die Sklette auch weg. Also Sklette sind eigentlich, wenn man den Trick einmal weiß, wirklich einfach zu besiegen. Zorn spüren. Krach. Und warte, ich hab dich genau gesehen, dass du hinter mir bist. Und ich mach deine Basis kaputt. Bist du ein Magier, oder? Ja. Und jetzt noch einmal draufzimmern und zack, dann war's das. Gold-Elixier, wir können kein... Das ist ein Gold. Gold, 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 Gold-Elixier. Kann das irgendwer gebrauchen? Ne, niemand kann's gebrauchen. Lassen wir das Ding hier verrotten. Es müsste jetzt... Ne, es ist doch der falsche Weg. Scheiß, Dreck. Hey. Ich verlaufe mich hier. Oh, Mann. Oh, ho, 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 ho. Ich kann mir das nicht merken. Ich sollte wahrscheinlich einfach... Aber hier, Item. Ich könnte mich jetzt rauskennen. Ich bin hier nur wegen dem Item nochmal hingerannt. Ich sollte einfach auf die Karte gucken. Ja, Tal, hab ich überhaupt so'n Ding? Ne. Kann's mir auch egal sein. Aber hier, da ist irgendwas. Kugel der Energie ist da auch gut. Heilpunkte, dann braucht Tal auf jeden Fall. Hat sich das jetzt gelohnt, nur deswegen hier hinzukommen? Ich sag einfach ja. Ich guck einfach auf die Karte. Das ist das Kristallriff. Zitadelle von Sianzia. Wir müssen uns jetzt hier einfach... Okay, ich hab's mir gemerkt. Einfach nach... Ähm... Norden. Boah, ich glaub nicht, dass die uns da unten nochmal angreifen werden. Glaube ich. Hoffe ich. Wünschte ich mir. Warte. Och man. Und jetzt sind's sogar noch Seiche. Auf die hab ich doch jetzt nur null Bock. Okay, wir müssen jetzt da hier... Da müssen wir. Kämpfen wir einfach mal so, ohne einfach zu... ...hier zu verschwinden. Aber das Kettenschwick... Wenn wir das noch aufgraden, dann ist das Kettenschwert... ...den Segenschwert, glaub ich, ganz so schlecht. Wow. Sind das nur zwei? Sind das nur zwei von denen hier? Dann geht das ja hier. Ja, das scheinen nur hier zwei von den großen zu sein. Das war ja einfach... Ich ignore den Trank. Ich hab keinen Bock auf... Jetzt geh schon. Das ist die letzte... Äh, von Ciancia. Moment. Hab ich da... Äh... Keine Achtung. Das sieht so extrem nach Kampf aus, ja. Aber jetzt sind's sogar noch Fledermäuse und Vogelscheichen. Ach, egal. Die sind wenigstens nicht schlimm, die Dinger. Wartet. So. Naja. Los, komm. Damit kann man die, glaub ich, gut zertrümmern. Boom. Okay, weiß nicht so. Die wollen uns doch eh nur Zeit wegnehmen. Gebt zu, er wollt uns nur Zeit klauen. Wow. Das hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Das schreist du hier so. Das wird jetzt noch eng. Ähm. So. Warum... Ja. Weiß nicht. Oh. Dreht uns nicht, du. Ihr Hunde. So. So. Aua, die haben sogar ein richtiges Gesicht. Wie heißt nochmal das? Äh. Nightmare Before Christmas oder sowas, wie der Film heißt. Ich hab jetzt vergessen, wie der heißt. Da erinnern die mich grad an diesen Kerl draus. Ich hab irgendeinen Let's Player gesehen, der das Spiel dazu gespielt hat. Allerdings sieht's jetzt nicht... Das sind so viele. Wow. Jetzt kommt doch einfach mal her. Ich will euch doch nur umbringen. Und jetzt kommt... Sterbt. Oh, ich hält nichts mehr auf dieser Welt. Und... Bam, ba-dam, 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 ba-dam. Einer ist nur noch da. Dann war's das. Oh. Nein, 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 nein. Wow. Ich hasse Vogelscheuchen. Ich hasse Wasserfälle. Wer mit... Ich meine, die Wasserfälle haben hier im letzten Mal die ganzen Ton der Aufnahme. Aber man, es sind ja noch zwei da. Oh, Mann, aber Alexin und Nico geht's wenigstens noch gut. Die sind nicht schlimm, die dauern doch einfach nur. Die wollen's doch einfach nur unsere Zeit klauen. Ach. Ähm, na, na, na. Ich wette, es gab einen Teleporter. Ich hab den einfach nur wegen der Zitadelle übersehen. Äh, genau. Da. Ist das Schild. Ich weiß, was ich gleich mache. Jetzt müsste ich richtig sein. Ja. Hier, und da hinten ist es. Kampf. Hier, ich hab... Da ist doch ein Teleporter. Äh. Hä? Aber da war keiner mit Schattenreich eingetreten. Warte, ich geh mal rein. Ich geh nur mal zum Gucken rein. Nur mal zum Gucken. Wo der stand. Wo war der? Hä? Okay. Wie gesagt, episch und blöd. Der war hier. Teufelsatemcanyon. Aber der ist doch... Hä? Das war doch schon der... Das war doch gar nicht mehr der Teufelsatemcanyon. Das war doch schon der Einkampf... ...zu Ciancia. Und vor allem steht er doch jetzt schattenreich... ...wenn ich jetzt rauskomme. Das steht doch gar nicht mehr zum Teufelsatemcanyon. Canyam. Okay, okay, okay. Ich weiß immer, das Spiel neigt sich dem Ende. Ich mach Sache erstmal. Tschüss, ich mach morgen weiter. Bis zum nächsten Mal, Jonas. Ciao. Ciao. Vielen Dank.